Musik 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 Ja? Wir müssen reden. Schlecht. Ich dachte, du bist längst weg. Erst in die Seele. Das bist du mir schuldig. Ich trieße es durch. Also gut, wenn es so dringend ist, dann mach ich es möglich. Bis gleich. Überleg doch mal. Du kriegst doch hier keinen Fuß mehr auf den Boden. Das Geld für einen Neustart habt ihr mir weggenommen. Weil es dir nicht zustand. Gib mir die 30.000 und ich bin heute noch weg. Du lügst. Du dumme Kanz. Was glaubst du, womit ich den Spuck ausgelöst habe? Ohne das Geld gehe ich nicht. Die Frage ist nur, wovon willst du leben? Vielleicht gib mir die wucklige Wasser. Es gibt einiges, was ich erzählen könnte. Alina! Alina, warte! Nein! Lass uns nachdenken! Es gibt bestimmt eine andere Lösung! Wenn ich sie jetzt anrufe... ...machst du mich das, was nicht? Lass mich nicht besser erzählen! Lass mich! Nein! Hör auf! Aufhören! Ich werde nicht mehr! Hey! Aufhören! Schluss damit! Sie... Sie ist tot. Frau Steffen! Frau Steffen! Hören Sie mich! Frau Steffen! Was? Was machst du denn da? Sie ist nicht tot! Frau Steffen! Das war ein Unfall! Sie ist einfach gestürzt! Wer soll dir das abkaufen? Was soll das heißen? Wir können das beide bestätigen! Ich bin eine vorbestrafte Zeugin! Mir glaubt niemand irgendwas! Sag mal, begreifst du nicht? Sie ist tot! Genickbuch oder was auch immer! Aber es sieht aus wie Mord! Wir landen beide im Gefängnis, wenn wir jetzt nichts tun! Sie muss von hier verschwinden! Und zwar spurlos! Ich hole jetzt die Plane und du beruhigst dich! Ich hab mich so von dir einwickeln lassen! Du hast mich dazu gebracht, genau das Falsche zu tun! Du bist doch derjenige, der mit sowas anscheinend Erfahrung hat! Was bitte? Du hast vorhin gesagt, jeder denkt, ich bin ein Mörder und diesmal wirklich! Friedrich, bitte, das muss aufhören! Wir dürfen jetzt nicht streiten! Siehst du, dass du wieder einigermaßen passabel aussiehst, bevor unsere reizende Mitbewohnerin zurückkommt? Und ich kümmere mich um Alinas Krempel! Wer weiß, wer jetzt tot wäre, wenn du nicht geholfen hättest! Das werde ich dir nie vergessen, Friedrich! Ach, wir schaffen das schon! Wir schaffen das schon! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!